Wir stehen hier am Rande unseres Außengeländes und haben von hier aus einen wirklich sehr schönen Blick auf unseren großen, weiten, aber vor allem leeren Park. Diese Leere hat natürlich einen Grund. Vor 2000 Jahren wurde hier keine Burg erstürmt, es wurden keine Mauern überrannt und es wurden keine Schützengräben ausgehoben. Als diese Feldschlacht 9 nach Christus vorbei war, war hier Leere. Und genauso ist es mit der Forschung. Jedes Jahr findet hier eine Ausgrabung statt. Die Funde kommen ins Magazin, ins Depot, später in die Ausstellung, aber hier im Park bleibt es leer. Und das führt bei Besuchern doch häufig zu Irritationen. Wo habt ihr denn die Maske gefunden? Wo wurde denn überhaupt schon mal gegraben? Wie muss ich mir das hier eigentlich alles vorstellen? Mit diesem Projekt betrachten wir unsere Besucherinnen und Besucher viel intensiver. Wir haben die gesamte Visitor Journey neu gedacht. Wo beginnt der Museumsbesuch? Wo endet er? Wer kommt mit welcher Motivation zu uns? Und wie müssen wir die Angebote hier vor Ort gestalten, um Besucherinnen abzuholen, die mit ganz unterschiedlichen Interessen und Erwartungen zu uns kommen? Wir möchten unseren Besuchern ein Instrument in die Hand geben, das es ihnen ermöglicht, diesen Park auf eigene Faust zu erkunden, zu erforschen, zu entdecken, sich auf die Spuren des Ereignisses zu machen, aber auch ganz aktuell sich über Forschungsergebnisse zu informieren. Wir haben es jetzt erst mal das Entdecker-Tool genannt. Das ist das eigene Handy, das wie ein Werkzeug, wie ein Instrument uns auf die Fährten lockt, uns Spuren entdecken lässt und vielleicht auch dabei hilft, Spuren zu dechiffrieren. Hier haben wir eine Fundkarte mit den einzelnen Fundpunkten im Park, die für uns interessant sind. Und zum Beispiel hier vorne, hier wurde die Maske gefunden. Und wo wir schon gerade hier sind, hier in diesem Bereich wurde ein sehr interessanter Fund gemacht und zwar ein römischer Kistendeckel. Oh, das ist ein sehr guter Fund. Ich glaube, das ist sehr interessant für so einen Experten Lars. Ich glaube, der würde sich genau ansehen wollen, in welchen Details die Nägel noch erhalten sind und wie die Kiste zusammengesetzt ist und auch wie sie früher ausgesehen haben könnte. Wenn wir das als 3D-Animation unserer Anwendung einbringen, ich glaube, dass es eine große Bereicherung ist für seine Visitor Journey. Hier bietet uns das Digital Storytelling ganz neue Möglichkeiten. Wir können Fund und Fundort in einen Kontext bringen und unseren Besucherinnen und Besuchern einen riesigen Kosmos eröffnen. So kann das Forschungsfeld Kalkriese zum digitalen Erlebnisraum werden. Was ich an dem neuen Entdecker-Tool besonders toll finde, ist, dass die Besucher nicht mehr einfach ins Museum gehen und irgendwelche Ergebnisse vorgesetzt kriegen, sondern dass sie jetzt die wissenschaftliche Arbeit selbstständig nachvollziehen können und so Teil des wissenschaftlichen Prozesses werden. Und da bietet uns natürlich dieses digitale Tool ganz tolle Möglichkeiten. Ja, und digitale Kommunikation ist heute einfach fester Bestandteil des Alltags von Jugendlichen und den meisten Erwachsenen. Und ich finde, dadurch, dass wir diese neuen Wege gegangen sind und die neuen Methoden angewendet haben, ist es uns echt gut gelungen, ein innovatives Angebot zu schaffen, was alle Altersgruppen unserer Besucher anspricht.